Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauch-Video für den Monat Mai. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Aufgebraucht haben meine Kinder das Dusche und Shampoo Traumtänzerin Balea for Girls. Das duftet nach tanzenden Traumwölkchen, auf übersetzt heißt es, es duftet nach Früchten, es duftet süß. Und meine Kinder haben sie sehr, sehr gerne gemocht und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann waren wir diesen Monat auch mal wieder fleißig baden. Und zwar haben wir Badesalze aufgebraucht von Dresden, Essence, Ruhepause, duftet nach Lavendel, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir hier Gelenke und Muskelwohl mit Anika, tut wirklich sehr, sehr dem Körper gut. Man merkt auch, wenn man sich nach einem anstrengenden Tag in sich, in diese Badewanne reinsetzt, mit Muskelwohl und Gelenke und Muskelwohl, dann entspannt der Körper einfach sofort und ich finde, er entspannt mehr, als wenn man mit einem Malenbadesalzen salzt. Das kann natürlich auch ein Placebo-Effekt sein, keine Ahnung, aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Weiter geht's mit Landurlaub von Dresden, Essence. Wunder, wunderbar. Die Düfte sind einfach so genial. Und dann haben wir hier noch von Kneipp, alles wird gut, fand ich auch nicht schlecht, aber es ist nicht unbedingt mein Favorit. Meine Favoriten sind eher doch die Dresden, Essence, Badesalze oder auch hier Tetecept, Reise ins Meer, fand ich auch sehr, sehr gut. Gut, riechen auch wunderbar, wunderbar, aber trotzdem, Dresden Essence, die haben irgendwas noch in sich, in den Düften, was sie einfach besser macht. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Wenn ich mich entscheiden würde, dann würde ich immer zu Dresden Essence greifen. Dann haben wir hier einmal eine Maske, die ich auch gebraucht habe. Dazu habe ich eine Review gemacht, nicht Review, sondern, habe ich eine Review gemacht, ja, eine Review über die Masken von Real Solution von Misha, von der Firma Misha. Und ich finde sie sehr gut, sie sind sehr, sehr nass. Man sollte sie in der Badewanne nutzen, finde ich, damit es keine Sau reingibt. Ja, ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann haben wir als nächstes eine Kur von Langhaarmädchen, Kokosöl und Burritiöl, eine Haarkur. Vom Duft her hat sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Von der Pflegewirkung war auch in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht so, dass es etwas super Besonderes ist. Auch andere Firmen haben Kuren mit der gleichen Wirkung. Aber Langhaarmädchen ist da jetzt momentan sehr im Trend. Kann man das so sagen. Ich finde, ich fand sie sehr gut und würde sie auch weiterempfehlen. Jetzt habe ich ein Rasiergel von Balea Peppiger Papagei. Das ist eine Limited Edition gewesen. Und ich benutze die Balea Rasiergele sehr, sehr gerne. Ich komme damit sehr gut klar und habe auch einige im Backup. Aufgebraucht habe ich mein Micellen Reinigungswasser All-in-One in Waterproof von Garnier Skin Active. Finde ich sehr gut. Habe ich bislang immer nachgekauft, immer genutzt. Würde ich auf jeden Fall immer weiter empfehlen. Ich persönlich möchte mich da noch ein bisschen austoben. Und von daher ist es aktuell noch kein Nachkauf. Ich habe mich aufgebraucht, bzw. meine Kinder haben aufgebraucht, Micellen Reinigungstücher von Balea. Ja, ich habe sie bis über die Hälfte, oder etwas weniger als die Hälfte, aufgebraucht. Und dann war eine Zeit, da haben sich meine Kinder mehrmals geschminkt. Mit Theaterschminke, oder mit dieser Karnevalsschminke. Und haben sich dann diese Feuchtdücher geschnappt, um sich dann abzuschminken, ohne mein Wissen. Wir haben wohl gedacht, das wäre ein ganz normaler Babyfeuchtdücher. Es hat ihnen nicht geschadet. Ich persönlich fand sie nicht schlecht. Also so, um den groben Schmutz erstmal abzumachen, ist das okay. Aber sie sind nicht sehr gründlich. Vom Duft her ist auch okay. Ich würde sie mir aber nicht nachkaufen, weil ich finde, dass sie jetzt nicht besonders super gereinigt haben. Nach, ich weiß nicht wie lange, wie viele Jahren, ähm, ja, das ist bestimmt schon zwei Jahre bei mir in der Sammlung. Ähm, Balea Fußbad Vital, äh, Fuß Vitalbad, genau. Mit Deokomplex und besonders milder Seife enthält totes Meersalz, pflegende Erfrischung. Ähm, ich finde dieses, äh, die sind wirklich sehr ergiebig. Man, ja, wie viel habe ich da benutzt? Für den Fußbad, so ein Käppchen, ein Käppchen voll. Und, ja, wie oft, wie oft macht man denn ein Fußbad? Ähm, vielleicht, keine Ahnung, ne, im Sommer vielleicht häufiger. Aber es hat auf jeden Fall sehr lange bei mir gehalten. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat ein sehr erfrischendes Gefühl gegeben. Und es hat die Füße auch weich gemacht. Das heißt, ähm, für eine Vorbereitung auf Maniküre, beziehungsweise Pediküre, ähm, ähm, ja, finde ich, kann man das anwenden. Würde mir das aber jetzt nicht nachkaufen. Ähm, ja, weil ich finde, da, keine Ahnung, ich habe da keinen großartigen Bedarf nach. Dann habe ich aufgebraucht dieses Gesichtswasser. Das war in meiner Vegan Beauty Basket, in der letzten Vegan Beauty Basket. Und zwar ist das von Evolve Organic Beauty, ein Gesichtswasser. Ich finde, ähm, ja, wer sich mein Unboxing, ähm, mal anschaut, wird sehen, dass ich mit dem Duft überhaupt nicht zufrieden war. Ähm, mein erster Eindruck war nicht so tolle. Ähm, ja, für mich hat es dann doch eher am Anfang gestunken. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht es. Dann, ähm, kann man das wirklich täglich anwenden. Und ich habe auch täglich angewendet. Und ich finde, es hat seine Arbeit wirklich sehr gut getan. Es hat die Haut sehr schön erfrischt. Ähm, es hat die Poren verschlossen. Man sollte ja sein Gesicht reinlegen und dann, ähm, mit Gesichtswasser noch einmal drüber gehen, um die Poren wieder zu verschließen. Ähm, es war sehr angenehm. Und, ähm, die Sprühflasche war okay. Ich habe ein Wattepad genommen, habe dann das Gesichtsspray auf das Wattepad gesprüht. Und, ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, ab und zu an den heißen Tagen, wo ich gemerkt habe, das ist so ein bisschen spannend, bin ich dann auch so drüber gegangen. Absolut angenehm. Ähm, wie gesagt, der Duft. Pads Q10, vitalisierend und Feuchtigkeitsspenden. Ich habe da, da sind noch, ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf Stück drinne. Ähm, also fünf Anwendungen. Eine habe ich ausprobiert und ich habe sie leider, leider nicht vertragen. Also, das sind so Pads, die man sich unter die Augen kleben kann. Und, ähm, ja, bei mir hat es eher einen Juckreiz verursacht. Es war ein unangenehmes Gefühl. Und von daher werde ich das aussortieren, werde ich das weiter verschenken. Und werde es mir dementsprechend nicht nachkaufen. Das war in einer Box, und zwar in der Sunnycare Box von Eucerin. Ähm, erfrischende Lotion, reichhaltig. Das haben wir alle verwendet, nicht nur ich, sondern auch meine Kinder. Und wir haben das alle super, super gut vertragen. Ähm, es ist eine sehr leichte Lotion. Man konnte sie sich gut einarbeiten in die Haut. Sie ist auch relativ schnell eingezogen. Ich fand's gut und, ja, würde ich's auch weiterempfehlen. Und, ähm, eventuell auch nachkaufen. Rituals, Ginkgo Secret, Handcreme, Leute, schnuppert man dran. Wer die nicht kennt, schnuppert dran. Die riechen so unglaublich. So unglaublich. Gut, ich kann, ich weiß nicht, wonach sie riecht. Nach Ging, Deng und Ginkgo Beloba steht hier. Aber, das ist bestimmt meine, ich weiß nicht, ich hab noch eine, die ist auch schon fast leer. Das ist meine vierte Tube, bestimmt. Ich nutze sie gerne immer wieder. Am liebsten vor dem Schlafen gehen, ähm, weil du dann einfach so einen ganz tollen, entspannenden Duft um die Nase bekommst. Ach ja, die Pflegewirkung war auch super toll. Man hat sich das in die Haut eingerieben und ist relativ schnell eingezogen, ne? Also, weiterempfehlung. Dann habe ich aufgebraucht von Natura Siberica, ähm, eine reichhaltige weiße Körperbutter aus Sibirien, ähm, mit Nanai, Shisandra und Wildbienenwachs. Und angeblich sollte es auch, äh, Cellulite sichtbar bildern. Ähm, hab ich nicht, also ich hab den Effekt nicht gemerkt. Großartig. Da gibt es auf jeden Fall, ähm, viel effektivere, ähm, Alternativen. Es war eine Körperbutter, die auch einen sehr speziellen Duft hat. Diesen Duft wird auch nicht jeder mögen. Medizinischer Duft irgendwie. Ich weiß nicht, ähm, ich mochte den Duft nicht so gerne. Die Pflegewirkung war sehr schön. Ähm, und, ja, ich persönlich würde es mir nicht nachdenken. Und dann habe ich noch aufgebraucht ein Körperpeeling von, auch von der gleichen Firma Natura Siberica. Ich hab mal eine kleine Vorstellungsvideo gemacht. Da linke ich euch hier oben. ähm, über die Firma Natura Siberica. Und das hier ist ein belebendes Cremepeeling für den Körper gewesen. Ja, es war mir für den Körper einfach, äh, zu wenig Effekt da. Zu wenig Peelingkörner. Beziehungsweise die Peelingkörner waren nicht grobkörnig genug. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, es war ein sandiges Gefühl. Also wenn man sich dann diese Peelingkörner auf die Haut eingerieben hat, ähm, hat man ein sandiges Gefühl gehabt. Aber irgendwie auch nur noch zu wenig. Ähm, ja, ich würde es mir nicht nachkaufen. Es hat mir einfach nicht gereicht. Und, ähm, ja, von daher, äh, für mich persönlich keine weitere Empfehlung. So, das war's. Also, das alles kommt in den Müll. Und, ähm, ich hoffe, das Video hat jetzt gefallen. Wenn ja, dann lass mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal haben. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann.